Die Polizeikaserne Eutin in Schleswig-Holstein. Eine Hundertschaft versammelt sich, wartet auf ihre Einsatzbefehle. Tag, erste Einsatzhundertschaft! Tag, Oma! Es dürfte jedem bekannt sein, HSV spielt heute Abend gegen Werder Bremen. Die Eutiner-Truppe soll die Hamburger Polizei unterstützen. Zum ersten Mal zu einem Fußballspiel in Hamburg mit HSV-Beteiligung. Dann geht's morgen nach Münster. Zu einer Versammlung von rechten Asylkritikern und linken Gegendemonstranten. Gibt's noch Fragen? Anmerkungen? Dann aufsetzen und abfahren. Zunächst also nach Hamburg, 100 Kilometer entfernt. Jürgen Herdes ist Chef eines Teils dieser Eutiner-Hundertschaft. Der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, kurz BFE. Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn Krawalle befürchtet werden. Wir rauschen nicht irgendwo rein und hauen irgendwas um, sondern wir machen ganz gezielt, wir haben ja gesagt, der chirurgische Eingriff könnte man das benennen. Also wir machen ganz gezielte Festnahmen auf zugewiesene Straftäter, um die dann quasi der Strafverfolgung zuzuführen. Der chirurgische Eingriff. Ob es heute in Hamburg oder morgen in Neumünster dazu kommt, er und seine Einheit wissen es nicht, können es auch nicht wissen. Nur eins ist sicher, der erste Einsatzort ist das Gelände rund um das HSV-Stadion. 16.30 Uhr, Ankunft in Hamburg. Vier Stunden vor Anpfiff. Der Treffpunkt? Der S-Bahnhof Elbgau-Straße, ganz nahe beim HSV-Stadion. Stefan Kahler ist einer der Truppführer der BFE. Einsätze bei Fußballspielen hat er schon viele erlebt. Was macht denn diesen Fußball-Einsatz heute so brisant? Also die Brisanz wiegt ja an diesem Derby-Charakter zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen. Das ist eine jahre, jahrzehntelange Fußballfeindschaft, um herauszufinden, wer eigentlich der Beste im Norden ist. Und die Fan-Gruppierung, insbesondere das Problem-Fan-Klientel, kann sich seit Jahren nicht wirklich ab. Und es sind fast zu jedem Spiel gibt es Auseinandersetzungen und entsprechende Probleme und Sicherheitsstörungen. Noch drei Stunden bis zum Anpfiff. Es gibt einen Aufruf von den Hamburger Fans, dass sie sich am S-Bahnhof Elbgau-Straße treffen wollen. Von da werden sie einen Fan-Marsch machen und den werden wir abgesetzt begleiten. So heißt es bei uns immer, das heißt nicht ganz nah ran, weil das provoziert immer und gibt unnötigen Ärger. Die halten uns zurück. Ist ja auch okay, dass wir nicht nah auf der Pelle sein wollen, solange da nichts ist. Aber man muss eben diesen kurzen Schritt auch haben, um möglichst schnell da sein zu können. Doch dann gibt es plötzlich neue Informationen. Wir haben jetzt über Funk die Nachricht gekriegt, dass es an Elbgau, an S-Bahnhof Elbgau-Straße die ersten Böllerwürfe von Hamburger Fans geben soll. Das ist erstmal für uns das Zeichen, dass wir uns jetzt eine erhöhte Einsatzbereitschaft geben, dass wir uns schnell fertig machen. Deswegen setzen wir jetzt auch schon einen Helm auf. Und es waren jetzt auch weitere Maßnahmen, die jetzt... Ja, Polizeikräfte werden jetzt beworfen. Ich denke, es geht so langsam los und wir würden uns jetzt fertig machen und dann schon mal uns einlassbereit machen. Wir kommen direkt zum S-Bahnhof oder zur Elbgau-Passage. Dann würden wir über die Elbgau-Straße anfangen. Die Eutiner Polizisten sollen diesen Marsch der Hamburger Ultras stoppen, sofern die Ausschreitungen nicht aufhören. Vor Ort eine Überraschung. Es sind viel mehr Fans als von der Polizei erwartet. Tausend sind das. Ja. Da hörst du mal gucken, ne? Was tun? Erste Maßnahme, die Wasserwerfer nach vorne bringen. Die Werfer kommen jetzt auch noch und die sollen die Durchsage machen an die Teilnehmer und dann sollen wir hier aufstauben. Ja. Links rauf. Ich will dann erstmal eine Absperrung machen, die ist aber recht dünn. Genau, wir stellen uns den Doktor dahinter. Die Kräfte mal links rauf, Werfer von hinten. Noch fehlen einige Einheiten. Wo ist Kasi? Was? Kasi? So, die Kräfte müssen ran hier. Komm zurück. Hier, hier, hier. Dann eine erste, direkte Kontaktaufnahme mit den Ultras. Das ist die Presse. Ja, gut, aber können wir jetzt weitergehen? Nein. Warum nicht? Na ja, weil die hier andauernd Führerzeichen abzünden. Und die Ansage ist, so wird der Feldmarsch nicht funktionieren. Was soll jetzt aus sein, die Bengalus? Ja, genau. Solange die Fans Feuerwerkskörper in die Menge werfen, lässt die Polizei sie nicht losmarschieren. Ich mach einmal kurz eine Ansage und dann verschwindet er. Bitte? Ich mach einmal eine Ansage und dann brauche ich nicht filmen. Hey! Wir brauchen nicht filmen. Wir machen hier die Ansagen. Wir machen die Ansagen. Wir machen die Ansagen. Ich mach die Kamera zu und der greift nicht an. Nein, nein, nein. Sie haben die Kamera nicht zuzuhalten. Das ist doch gut. Ja, aber er hat ihn nicht ins Gesicht zu filmen. Dann film ich ihn auch. Ja, machen Sie doch. Lass uns jetzt mal einfach zum Stadion gehen mit Supportern und die scheiß Bremer uns fünfmal jagen. Doch noch sind die scheiß Bremer nicht mal in Sichtweite. Alter, was soll der Schreck? Beruht euch jetzt mal! Kommt weg, komm weg! Die Polizisten warten auf Anweisungen per Funk. Die Einsatzleitung muss entscheiden, ob die Ultras weitermarschieren dürfen oder nicht. Also die Entscheidung PF steht. Kein Fernmarsch. Aber klar ist auch, dass wir das so jetzt nicht halten. Der Wawir muss eingesetzt werden und das klärt der PF gerade. Er kommt jetzt nach vorne. Ja, aber was ist heute jetzt mal? Geht mal hoch in der Kante! Geht mal hoch in der Kante! Eine letzte Warnung per Lautsprecher. Der Fernmarsch der Ultras darf nur stattfinden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Keine Vermummung, keine Böller. Die Nervosität steigt. Nur noch 90 Minuten bis zum Anpfiff. Und das Stadion noch drei Kilometer entfernt. Letzte Versuche einer Einigung. Aber wenn ihr den Scheiß werft, da kann ich auch nichts dran einladen. Es ist deeskaliert, wenn wir jetzt mal ein paar Meter machen und dann oder nicht. Sehe ich das falsch? Deeskaliert ist, wenn dieser Scheiß nicht mehr fliegt. Ja. Ja, warum soll ich den dagegen machen? Ja, mach mal ernsthaft. Dann muss eben jeder alleine zum Stadion gehen, wenn ihr das nicht hinkriegt. Ja, dann geht bitte in deine Schnecke. Komm, lass doch einfach ein paar Meter machen und dann gucken wir mal, wie es passiert. Nein, die Ansage ist keine Führung, keine Vermummung. Plötzlich Bewegung. Die Ultras marschieren in die entgegengesetzte Richtung. Verwirrung macht sich breit. Geht um, oder was? Dann, plötzlich, eine neue Situation. Die Ultras attackieren ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Den sogenannten Dokumentationswagen. Die Ultiner sollen eingreifen, den Fahrer und das Fahrzeug schützen. Jürgen Herdes geht nach vorne. Die Situation ist unübersichtlich. Noch immer fliegen Flaschen und Böller. Jetzt raus. Los, rein! Alle ran. Los, rein! Los! Die waren drauf. Da können wir ja nicht zugucken. Ja, alle. Aber die werfen von vorne. Da können wir ja nicht zugucken. Was? 1,20 auf der gegenüberliegenden Seite unterstützen. Sie können nicht zugucken, wie sie die Schauter auseinandernehmen. Binnen weniger Minuten ist der Platz geräumt, die Ultras verschwunden. Truppführer mal kurz sammeln. Jetzt nehmen Sie den ICE-Ausnahme. 1,20 war kurz im Einschluss. Die waren hinter uns. Im Blickrichtung vor uns. Aber der Dokuwagen wurde angegriffen. Dabei kam der Wawie-Einsatz und der Angriff auf die Kräfte. Wir müssen generell über diesen Dokuwagen sprechen. Immer in der beschissensten Stelle ist er plötzlich da. Unmut über die eigene Taktik. Doch noch ist der Einsatz nicht vorbei. Ich glaube nicht. Es dauert einen Moment noch. Ja, halbe Stunde. Ja, höchstens. Der Fanmasch hat sich aufgelöst. Wir müssen sehen, wo die Fans abgeblieben sind. Die müssen noch zum Stadion kommen. Da müssen wir sehen, dass wir trotzdem dranbleiben. Wollen Sie den Flaschenwerfer festnehmen? Nein, bis jetzt nicht. Wo sind sie nun, die Ultras? Sie sind alle weg. Ja, alle weg. Das weiß ich auch nicht. Alle bei mir in der S-Bahn und ich Radierung. Sind Sie mit der S-Bahn gefangen? Ja klar, mit Masse. Ah, okay. Ja, gut. Schauen wir mal. Letztendlich ist das eine zu große Gruppe gewesen. Und wir, zu wenig Polizeikräfte, um derzeit Maßnahmen zu treffen. Kameraaufnahmen sind auf Wefa gelaufen. Die werden dann ausgewertet, gleich jetzt in einer Pause. Dann können möglicherweise auch schon Straftäter erkannt werden, die dann möglicherweise festgenommen werden können. Hätte man was anders machen sollen? Also ich finde es schon richtig, dass die Polizei letztendlich konsequent hier vorgeht und diesen Fernmarsch verhindert, aufgrund der ganzen vorkommenden Pyrotechnik etc. Und dann diese Aktion, hier dieses Polizeifahrzeug anzugreifen und auch der durchgängige Bewurf, zeigt eigentlich, dass die Polizei hier mit klarer Kante und mit einer klaren Linie richtig gehandelt hat. Die Polizei muss auch in gewisser Weise eine klare Linie fahren und auch Härte zeigen. Und das ist in diesem Fall, glaube ich, auch geschehen. 19.30 Uhr, noch eine Stunde bis zum Anpfiff. Die Euthiner Polizisten stehen mittlerweile vor dem Volksparkstadion, suchen nach den gewalttätigen Fans. Auf den Videoaufnahmen, die die Polizei während der letzten Stunden gemacht hat, sind die Werfer von Flaschen und Böllern nur schwer zu erkennen. Deshalb zunächst keine Festnahmen. Dann ein Funkspruch. Der HSV-Sicherheitsdienst bittet die Polizisten um Hilfe. Im Stadion trifft der HSV zum 1 zu 0. Ein Fan, der trotz Stadionverbot das Spiel sehen wollte, wird von den Ordnern an die Polizei übergeben. Routine. Nichts Besonderes. Während das Spiel läuft, können die Polizisten kurz verschnaufen. Hause mit Kakao und Kaffee. Und Radioübertragung. Der HSV hat die Chance, hier möglicherweise auch 2 zu 0 zu erhöhen. Nächste Möglichkeiten, Freistoß für die Schleierwolken über dem ausverkauften Volksparkstadion werden rot beschieden. Jürgen Herdes bilanziert die letzten Stunden. Die Frage ist immer, was man da als Gewalt definiert. Also wenn wir Maßnahmen durchsetzen, dann ist das nun mal Gewaltanwendung. Das ist ja das Gewaltmonopol, muss man ja auch so sagen. Der, der da betroffen ist, findet das nie gut. Wir finden es auch nicht gut, weil wir würden lieber zu Hause bleiben. Und das Spiel vielleicht dann von da uns angucken. Von daher, klar gibt es die Kritik. Und es gibt sicherlich vielleicht auch mal Fälle, wo man das bewerten kann, dass es vielleicht ein bisschen zu viel war. Andere sagen, es war zu wenig. Das wird, wenn es denn Kritik gibt, letztlich rechtlich überprüft. Abpfiff. Der HSV hat gewonnen. Dennoch werden die Polizisten von dem Ultra-Block beschimpft. ACAB. So, da haben wir L. ACAB. All Cops are Bastards. Alle Polizisten sind Schweine. Die Ultras werden zum S-Bahnhof begleitet, um Ausschreitungen gegen Bremer Fans zu verhindern. Es ist mittlerweile 23 Uhr. Bis jetzt ist es ruhig. Wahrscheinlich auch, weil wir dabei sind, weil sie das auch genau gesehen haben und wahrnehmen. Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen jetzt. Im Hintergrund warten wir und glauben, dass es jetzt friedlich zu Ende gehen wird. Mitternacht. Es ist friedlich zu Ende gegangen. Ja, genau. Wir bleiben aber so. Wir bleiben so. Ja, also wir sind jetzt entlassen. Also wir müssen gar nicht auf den Funkspruch warten. Die Kräfte, die uns jetzt hier abgelöst haben, übernehmen das im weiteren Verlauf. Und da wir ja dann morgen wieder in Hondo-Münster müssen, hat der Polizeiführer jetzt geklärt, dass wir quasi jetzt hier entlassen sind. Abfahrt. In ein Hamburger Hotel. Der nächste Morgen, der nächste Einsatz. Das hakt man eigentlich relativ schnell ab, weil die Anlässe ähneln sich immer. Es ist dann immer ein anderer Ort und es sind andere Beteiligte. Aber wie gesagt, gestern war Fußball, heute ist es Demo. Neuer Tag, neue Demo. Heute. Schauen wir mal. Der Einsatzort seiner Hundertschaft ist 50 Kilometer entfernt, in Schleswig-Holstein. Wir sind in Neumünster angekommen. Wir haben jetzt den Auftrag, dass wir, es gibt ja eine Veranstaltung gegen die Flüchtlingspolitik. Und es gibt dagegen wiederum eine Veranstaltung, also Oberbegriff rechts-links, sagen wir mal. Wir fahren jetzt in die Innenstadt, weil da die beiden Veranstaltungen stattfinden und müssen verhindern, dass die Gruppen aufeinandertreffen. Doch kaum sind sie in der Stadt, geht es auch schon los. Eine Gruppe rechter Demonstranten irrt durch die Stadt. Unbegleitet. Ein Sicherheitsrisiko. Geh mal so, dass ihr vorne seid. Wenn die vorne wegrennen, dann seid ihr zu spät. Ihr müsst die Spitze bilden, bitte. In der Nähe des Treffpunkts der Rechten haben sich inzwischen auch einige Gegendemonstranten versammelt. Die Polizisten sollen ein Aufeinandertreffen verhindern. Schleichwege sollen dichtgemacht werden. Schleichwege sollen dichtgemacht werden. Ja, wir hatten, haben Sie ja eben gesehen, eine relativ große linke Gruppe. Die hatten Hinweise, dass diese linke Gruppe versucht, auf die rechte Veranstaltung, die jetzt da vorne gleich beginnt, einzuwirken. Sowohl hier entweder über die Zäune steigt oder vielleicht auch mit Steinen oder sowas bewirft. Als sie unsere Ansicht geführt wurden, haben sie größtenteils den Weg verlassen und befinden sich jetzt wieder draußen. Weil es sichern wie erst mal den Bereich gucken, wo die Personen abbleiben, des linken Spektrums. Und jetzt habe ich gerade Funk. Jetzt kam gerade eine Information, dass hier eine Parteiveranstaltung der Grünen in der Stadtteile stattfindet. Die wollen das gleich unterbrechen und wollen sich der Gegenveranstaltung anschließen. So, dass wir jetzt einmal gleich mit dem Minister Habeck Kontakt aufnehmen werden. Das werde ich gleich mal machen. Und ihm sagen, dass wir ihn quasi mit seiner Gruppe begleiten zu der Gegenveranstaltung. Rechts gegen links und jetzt auch noch grün. Die Lage wird langsam knifflig und dem grünen Minister etwas peinlich. Ist der für Sie da? Ja, echt? Ja, klar. Ich habe Sie aber gar nicht gestellt. Ja, das weiß ich. Wir wollen Sie trotzdem beschützen. Das wäre mir lieb, wenn Sie, wenn das, also so wie Sie es noch verantworten könnten, wie möglich. Machen das so weit abgesetzt, wie möglich. Okay. Ja, klar. Kein Problem. Dann gehen wir drei vorweg lieber, ganz zivil, oder? Ganz locker. Kriegen wir hin. Polizeischutz für einen Minister und seine grünen Freunde. Damit sie gegen die protestieren können, die wenige Meter entfernt ihre ausländerfeindlichen Parolen schreien. Man nennt uns Rechtsextremisten. Faschisten. Faschisten. Aber das sind wir nicht. Wir machen uns Sorgen um unsere Heimat. 32 Menschen teilen diese Sorgen um unsere Heimat. Die Gegendemonstranten haben sich ganz in der Nähe formiert. In einem Parkhaus. Die Polizei räumt das Parkhaus, will ein Aufeinandertreffen der beiden Lager verhindern. Die Wut der Linken, sie richtet sich nun gegen die Polizei. Gib mir eine Uniform! Ich bin es! Gib mir eine Uniform! Ich bin es! Ich bin es! Gib mir eine Uniform! Die Anspannung bleibt. Man belauert sich, bleibt aber auf Distanz. Der ganze Tag ist in der Hinsicht Katzenmausspiel. Wo ist die Lücke? Wo kommen wir an die Rechten ran? Und wie nerven wir die Polizei? Wie findet ihr, dass die Polizei hier die Rechten schützt? Das, was die verbreiten ist, wenn du Menschen hast. Und deswegen finde ich es auch nicht gut, dass so welche Gesetzeshüter irgendwie so eine Spacken da beschützen. Das ist so nötig so. Das ist einfach, ich weiß nicht, ich würde nachts nicht mehr schlafen können. Jürgen Herdes hat gerade ganz andere Sorgen. So, wir haben jetzt gerade besprochen, wie wir diese Veranstaltung gleich beenden werden. Wir müssen sehen, dass die sich beim Abfließen nicht begegnen. Von daher stellen wir uns jetzt in die vier Bereiche hier rund um diesen Platz und sichern, dass hier jeder sich sozusagen den Platz verlassen kann. Und dann müssen wir von dieser Seite gucken, wenn die von hier nachströmen, dass wir die Kräfte verschieben, sodass der Bus dann da in Ruhe abfahren kann. Das Parkhaus wird dichtgemacht. Aus der Erfahrung ist es immer so, dass man versucht, gerade die rechten Teilnehmer irgendwie nochmal anzugreifen. Von daher glaube ich schon, dass man, wenn die Gelegenheit da ist, dann nochmal irgendwie einen Stein oder eine Flasche oder also den Bus nochmal angreifen möchte. Auf jeden Fall. Bus kommt. Der Bus. Am Steuer ein Polizist. Polizisten helfen den rechten Demonstranten auch beim Einladen ihrer Fahnen und Lautsprecher. Danach der sichere Abtransport zu einem nahegelegenen Parkplatz. Der Bus war aber ja ein Polizist. Ich gehe davon aus, dass das ein Polizeibus war. Ja, das war ein angemieteter Bus. Okay. Genau. Ist das ideal, dass die Polizei dann noch dafür sorgt, dass die... Naja, das ist natürlich die sicherste Variante. Ansonsten rennen wir hier irgendwie drei Stunden jedem Einzelnen hinterher, der irgendwo nochmal angegriffen werden könnte. Von daher hat sich das eigentlich bewährt, dass wir irgendwie einen Bus organisieren, um die dann geschlossen quasi wieder zu den Autos zu bringen. Das heißt, der deutsche Staat zahlt dann auch noch für den endgültigen Abtransport bis zum Ende sozusagen? Naja, der zahlt ja auch das Versammlungsrecht insgesamt. Von daher würde ich das damit dazu rechnen. Wenn es denn deswegen friedlich bleibt, ist das eine geeignete Maßnahme. Der Einsatz in Neumünster ist beendet. Hamburg. Mal wieder. Ein neuer Einsatz für die Eutiner Polizisten. Krawalle werden befürchtet, wenn sich das alljährliche Ritual wiederholt. Das Kräftemessen zwischen dem Staat und seinen Gegnern rund um den 1. Mai. Also letztendlich gehört Angst in gewisser Weise dazu. Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber eine gewisse Respekt vor der Situation, das finde ich, gehört dazu. Und ist auch normal, dass man eine Anspannung hat und aus dieser Aufmerksamkeit, aus der sich tatsächlich Aufmerksamkeit auch resultiert. Und das ist normal und das ist aber auch der Job, den ich mir ausgesucht habe. Und das gehört dann letztendlich auch dazu. Das ist eine gewisse Form der Herausforderung. Die heutige Herausforderung, eine Demonstration autonomer Gruppen. Das Thema der einen Demo heute ist ja das Klassenfest gegen den Staat und gegen das Kapital. Von daher wollen wir beim Klassenfest ein bisschen mitmachen. Vielleicht, da haben wir schon einen Gast dabei. Und wie gesagt, ich hoffe, dass einfach für uns nichts passiert, dass wir ohne Verletzte nach Hause kommen und all das, was vielleicht entsteht, irgendwie im Keim ersticken zu können. Sie marschieren gemeinsam gegen Rassismus und Repression. Die Eutiner Polizisten bleiben auf Distanz, sollen nur bei Ausschreitungen eingreifen. Um die wenigen Auseinandersetzungen in der Nacht kümmert sich die Hamburger Polizei. Der nächste Morgen. Es ist Sonntag, der 1. Mai. Für die Eutiner Truppe beginnt der Tag mit einer Überraschung. Kurz vor dem Beginn einer Demonstration kontrollieren sie fünf Jugendliche und werden fündig. Es hat sich ja so ein Begriff verfestigt, der heißt erlebnisorientierte Jugendliche. Das sind diese wohl gerade. Also da muss man ein waches Auge haben, vielleicht so ein bisschen Erfahrungswissen aus Demonstrationen. Aber wie gesagt, wenn man sich die jetzt hier anguckt, die sind ab 15, 16, 17, hätte auch ich nicht gedacht, obwohl ich relativ lange bei Demos dabei bin, dass die solche Dinge dabei haben. Gemeint sind diese selbstgebauten Sprengsätze aus Böllern und Spraydosen. Sie waren in Rucksäcken versteckt. Jürgen Herdes ist entsetzt. Beim Aufmachen haben wir wirklich unglaubliche Dinge gefunden. Da sind Spraydosen mit Farbe oder Haarspray, was erstmal ja noch nicht so schlimm ist. Aber da ist Pyrotechnik dran festgeklebt, sodass man sich nicht vorstellen mag, was passiert, wenn so eine Dose neben dem Kopf eines Kollegen hochgeht. Nach diesem Fund wieder die Routine. Den Demonstrationszug begleiten. Aus der Distanz. Doch noch ist unklar, was genau die Demonstranten planen. Wir lassen uns ein Stück zurückfallen. Das heißt, wenn die da so eine Durchbruchsaktion haben, dass wir auch mit entsprechend Schwung entgegen können. Dann gehen wir aber auch ein achten aufeinander geschlossen vor. Haben die hier 130 Mann auf der Straße, dann sollten wir schon, glaube ich, schaffen, dass wir das aufhalten. Ich schicke erst mal die zwei Züge in die Absperrung und dann können wir sehen, wie der Druck zu stark wird. Müsst ihr vielleicht mal rein oder mal von der Seite kommen oder was? Deswegen lassen wir, das ist so unser Abstand hier. Also Abstand halten. Bis auf Weiteres. Die Händen laufen sie noch. Herr Herdes, wie ist die Lage gerade? Na ja, ich komme mal ein bisschen nach vorne. Das ist besser. Ist ein bisschen unübersichtlich gerade, weil der Aufzug manchmal mehrfach gestoppt hat. Die wollten wieder zurückgehen. Jetzt wollen sie wieder nach vorne gehen. Gerade haben sie angedroht, dass sie auch zu Not durchbrechen würden. Deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen rundum wieder postiert und gucken mal. Im Moment geht's friedlich vorne weiter. Aber wir sind auf alles eingestimmt. Die angemeldete Demonstrationsroute ist mehrere Kilometer lang. Doch bereits nach der Hälfte des Weges zünden Teilnehmer Pyrotechnik. Böller explodieren. Die Eutiner verkürzen die Distanz. Rücken näher ans Geschehen ran. Wir bleiben in der Formation. Noch ist unklar, wie es weitergehen soll. Konfusion. Man wartet auf die Befehle der Einsatzleitung. Ja, wir müssen aufmachen. Das ist ja Quatsch. Es wird in unsere Richtung geräumt. Wir gehen nach links auf den Gehweg erstmal. Lass uns hier an die Schellen tanken. Fahrzeuge? Ja. Also die Demo ist jetzt aufgelöst worden von der Polizei, weil es unfriedlich geworden ist. Das heißt, die ganze Einschließung wird jetzt gerade geöffnet. Und wir reagieren jetzt nur noch darauf, ob es weiter unfriedlich bleibt. Ja, wir haben jetzt ein paar Zielpersonen, nennen wir sie. Also die, die eben Straftaten begangen haben und sind auf der Suche nach denen. Und wenn wir die gleich finden, werden wir die festnehmen. Sie suchen und rennen. Vergebens. Wir haben da einen Steinewerfer, den Versuch mal zur Seite zu nehmen. Gut, dass ihr Bescheid bist. Hier vorne gleich? Ja. Die Festnahme gelingt. Und weiter geht's. Ich habe gerade Technikprobleme. Auch das hat die Polizei. Okay, ein Funkgerät ist leider abgestürzt. Ich muss das kurz neu starten. Ja, also ist ein bisschen Ruhe wieder eingekehrt. Die sind jetzt wieder zurück in ihren Bereich, im Schanzenviertel. Ja, es hat mächtig geknallt unterwegs. Wir haben ein paar Festnahmen gemacht. Und wir müssen jetzt abwarten. Jetzt geht's in die Dunkelheit. Ich glaube, dass das noch nicht alles war für heute Abend. Tatsächlich passiert noch vieles in dieser Nacht. Aber dafür sind die Hamburger Polizisten zuständig. Jetzt umrunden wir wieder das Schanzenviertel, wie wir es gestern Abend auch schon gemacht haben. Und warten mal ab, ob es friedlich bleibt da drin. Und hätten dann von jeder Seite die Möglichkeit, da irgendwelche Straftaten zu unterbinden, wenn denn welche passieren. Die Eutiner sichern in dieser Nacht das Umfeld. Hier bleibt alles ruhig. Die Anspannung ist dennoch hoch. Zwei Uhr nachts. Feierabend. Endlich. Zwei Uhr 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 Uhr